Ja, hallihallo Zocker und YouTuber, willkommen zurück in 7 Days to Die. Die Jolle ist gerade auf keinen Fall offline in den Graben mit den Spitzen gefallen und hat geplärkt wie ein Mädchen. Und deswegen gehen wir jetzt alle in die Stadt und haben einen Einkaufsbummel. Es war auch nicht Jolle Fleck, die da reingefallen ist, sondern... Ja, das war Fleck. Nein? Das war Fleck. Ich? Nein. Ja, Fleck. Ich war das nicht. Ja, also wir machen heute jetzt einen schönen großen, naja, großen... Wir werden mal gucken, wir brauchen Kinderblocks jetzt aus dieser Stadt. Und mal schauen, wie uns da die Zombies dann auflauern, na? Kinderblocks, da ist schon keiner. Wo ist denn diese... The City? We built the city. Oh, die hatte Antibiotika dabei. Sehr gut. Einpacken, weiter geht it. Für Munition habe ich eigentlich noch 30 Schuss, das reicht. Ja, ich habe da sogar noch mehr, 119 jetzt noch. Ja, du weißt ja auch, wie Flecky seine Zombies tötet. Dauerfeuer! Meine Box, meine Box. Das ist süßig. Oh, ja, da ist noch eine Supply-Kiss. Das ist wahrscheinlich die, die wir nicht gefunden haben in der Folge davor. Wuhu. Hui. Hier so ein bisschen in Müllkram. Mhh, toll. Ja, guck mal, in Müll. Ich höre da irgendwo eine Sumse. Ah, da kommt sie. Kinderblocks, hallo. Also alles einsammeln, was hier an Blocks rumliegt, ja? Mhm. Oh, was soll ich mit Claim-Blocks, mal ehrlich? Äh, die Sumse. Lecker, ein altes Gammel. Aua, aber was willst du denn? Fleck. Fleck, die Sumse. Ja, mach sie doch platt. Na. Hau sie um. Sie ist doch kacke. So hoch kann ich nicht zielen. Ach, klar kannst du, aber mach du mal die. Hi, Dicker. Hab sie. Ah, das ist die nächste. Und hier sind auch ein paar Nester. Alles klar. Da kommt die nächste. Wow. Gut geschossen, Jenny. Wenn ich Zeit habe, klappt das auch. Aber wenn ich irgendwie unter Strom stehe, schieße ich daneben. So sieht's aus. Geht auch gerne mal in Fleckis Kopf. Nein. Der kommt wohl eher in Fall von ihm angeflogen. Guck mal hier, diese. Ah, jetzt habe ich meine Spitzhacke nicht dabei. Ah, Jenny, du hast eine Spitzhacke. Sicher habe ich eine Spitzhacke bei mir. Ähm, was machst du da? Der Satz Stone, da kriegst du auch Gravel raus. Echt? Ich wollte dir mal... Ähm, zeig doch mal bitte... Oder komm doch mal kurz her mit deiner Spitzhacke. Baut doch mal eins dieser komischen Steine hier ab. Dann kann man nämlich sehen, dass die, ähm, wenn man die ein... Also abbaut, die bleiben exakt da mundo bleiben, die so. Die können wir mal mitnehmen. Und irgendwo als Deko hinstellen oder so. Voll spannend. Wen willst du als Deko? Also ich nehme die ganzen Xenoblocks hier ja mit, ja? Ja. Mach das. Wie viel wollt ihr denn haben davon? Alles. Weil hier liegen ja alle fünf Meter welche. Ja. Und hier ist noch Müll. Toller Müll. Der gute Müll. Ja, der gute. Oh, ich sehe einen Autofrack. Ich sehe einen Autofrack. Den grabe ich jetzt leer. Uhuhu. Und was machst du? Ich hole noch ein bisschen Scrub-Mapel. Uhuhu. Ich glaube, du hast was gefunden. Boah, ich habe sie voll, voll getroffen, aber sie will nicht sterben, ne? Voll. Ach, da kommt doch wer angeschissen. Ah, der zum Miede-Unkel. Oh, lecker Hornisch aus, äh, La Popo. Scheuer. Bitte. Naja, du stichst doch die Biene eigentlich auf. Und? 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 Es geht doch mal tot. Mann. War. Und schon. Danke, wer auch immer ist, war. Ey, ich. Ohne haben wir die Bremse. Der kann ja nicht schießen. Eben. Guck, den hat immer... Hast du immer noch den Hund an der Backen? Nein, den habe ich umgekloppt. Ah, alles klar. Dafür habe ich aber auch nur noch zwei Schuss. 30 Schuss für den Hund. Gebraucht. Nein. Boah, ey. Du bist so verloren in dieser Apokalypse. Weißt du das? Halt still. Halt still. Ja, das sage ich dir meinen Feinden auch demnächst. Wenn du jetzt mal einen kleinen Augenblick stillhalten würdest, dann, dann, aber dann, ja. Kräffe ich dich immer noch nicht. Aber dann. Aber dann. Aber dann. So. Ja, es... Weiter geht's. Feuchtfröhliches Graben. Bitte? Flag. Ja. Ich habe hier Zombies. Ja. Ob du das noch hinkriegst? Nein, nein. Da ist noch einer. Ich glaube auch nicht. Lass die doch um... Ich will die aber töten. Ja, umtänzeln die doch. Und dann ist gut. Was soll ich die umtänzeln? Ja, tanze Samba mit ihm. Script Metal. Oh, was hat der denn dabei? Au. Milady. Das ist doch schön. Ich wollte gleich beim ersten Date handgreiflich werden. Wolltest du fummeln mit der. Die hatte aber 14 Schrot-Munition dabei. Das ist recht. Das. Jetzt habe ich noch vier Schuss. Das ist unfassbar, wie du das versemmelst. Wie am Fließband das Zeug. Weg mit dem ekling Blei. Ach, fühlst du dich auch viel leichter, wenn du das alles losgeworden bist. Wollen wir denn jetzt noch trotzdem Abstecher an die Staffel? Ich meine... Let's go into the city. Willst du mir mal deine ganzen Cinder-Blocks reichen? Nein, das sind ja meine. Ja, aber du, dann können wir doch mal stacken. Wo seid ihr denn überhaupt? Oh, ich habe S. Ich habe S64. Das ist ja nicht so gut. Ähm, warte. Hier, siehst du mich? Da. Ich habe eine Schrotflinde. Kann. Kann nur noch besser werden. Oh, jetzt kriege ich gleich Motsunaya. Egal. Was kriegst du? Gibst du mir jetzt mal deine Cinder-Blocks? Ja, ich schmeiß die mal hier hin. Komm mal her. Ich habe richtig gesagt Cinder-Blocks. Nein. Was leuchtet denn da hinten so? Ah, das Licht. Das Licht. Siehst du das Licht? Es strahlt. Es ist Fallout. Pass auf. Was ist das da? Was strahlt da so? Das weiß ich nicht. Was ist das für ein Licht? Warum ist es so hell? Ach, das ist nur eine Reflexion von der Sonne. Es sah so hell aus. Das sind doch andere. Oh, guck mal, hier ist noch, ähm... Ah, Flagg. Ich habe was für dich. Ja, was denn? Einen Bohrer. Komm mal her. Ich eile. Eile, ich fliege. Die sind empty. Hier, warte. Da. Aufsammeln. Was ist es denn? Ist das derselbe? Was hast du mir da gerade gegeben? Ich habe es nicht gesehen. Einen Hut oder was? Ja, genau. Der sieht sowieso viel besser aus als der... Hier kommt Cowboy, Hut. Zack, so. Sag mal. Das ist derselbe. Hä? So, gehen wir jetzt in die Stadt, wie wir alle? Ja. Jenny. Was? La Jenny. Ja, komm so. Komm so mit. Sofort, bin gleich dabei. Ich möchte nur das Auto mitnehmen. Vielleicht gib mir doch jetzt mal deine Kinderblocks. Hast du doch ge... Nein, sag mir nicht, die hast du nicht aufgenommen. Ach doch, ja. Habe ich. Mach mich nicht fertig. Ich schmeiß dir die Ballerei. Nein, nein. Habe ich. Habe ich aufgenommen. Metal, 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 metal. Yay. Wo hast du denn du Metal her? Zerstöre Autos, Leute. Indem ich sie untergrabe. Dadurch kriegst du gleich... Du untergräbst die Autos. Pass auf. Nein, nein. Autorität. Wenn der Autorität ist, hat es den gestört. Trinkstück. Wenn du das Auto untergräbst, kriegst du Desert Stone und... Oh Gott, 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 schnell, 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 verbind dich, verbind dich. Oh, ha, 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 ha. Oh, ho, ho, ho. Das war knapp, Freunde der Nachtmusik. Dafür gibt es gleich eine in die. Damami blöd muss man eigentlich sein. Hilfe! Ich werde hier belagert. Wo seid ihr denn? Sagt mal. Wir sind wieder hier. Also mir fehlt ja doch schon ab und an diese alte Karte, ne? Was fehlt dir? Die Karte, wo ich dann einfach mal raufschauen kann. Du hast jetzt die Cinder-Blocks, ne? Ich geh jetzt zur Stadt. Ja, hab ich! Warte, warte. Guck mal, hier ist noch was. Warte, dass hier nicht alles rumliegt. Da ist ein Riesenhumsel. Riesenhumsel. Es wird immer besser. Leute, Leute, es wird immer besser. Wo ist denn Jenny? Keine Ahnung, die ist dann mit dir irgendwo. Was hast du gefunden? Aua, Köter! Sie hat eigentlich Köter. Nein, ich blute! Hast du Verbände? Ja, kümmert dich mal lieber um den Hund. Wenn ich wüsste, wo du bist. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab hier auch einen Köter. Ich nehm den mal. Ja, ey! So! Black! Ja, ich hab ihn doch! Bisschen! Oh shit! Hast du noch einen? Ja! Fuck! Wo denn? Ich bin gestorben. Ich war das nicht! Ich hab keine Ahnung, wen du da gerade... Aber irgendwer ist gestorben! Joahle! Ja, ich! Ja, ich! Oh nee, komm schon! Diese Köter machen so enorm damage einfach! Fleck, Köter, hinter dir! Au! Der Ofen ist noch an! Okay, dann kann ich ja noch mal kurz das Zeug ablegen. Oh, ich falle aus dem letzten Loch. Oh! 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 Oh Gott, oh Gott! Ja? Nein, nein! Ja, Fleck! Wird alles gut! Ah! Die ist nicht schön! Ja! Die Stadt halt, ne? So ist es! Die ist es nicht schön! Ja, ach nee! Auch so bin ich Sagen! So! Ich geh mal zu Jenny! Jenny, beschütz mich! Haha! Das sagt wer, der eine Waffe in der Hand hält, ne? Ah! Da, 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 da! Hundi, Hundi! Hundi! Erschieß ihn! Mach ihn platt! Jetzt... Kriegst du den down? Nee! Kick it down! Der hat bald mal tot! Da! Über dir! Über dir! Ich würd' dir jetzt abdrücken, aber du bist genau im Ziel! Zombie! Oh Mann, ey! So! Hörter! Ah! Ich hab noch! Au! Nein! Da! Ah! Hast du ihn? Jenny ist gestorben! Ich trete den taktischen Hilfe! Ja nix da! Du musst mir jetzt noch helfen, meinen Rucksack zurückzukriegen! Ach Mann! Ich versuch's jetzt! Ich glaub, ich geh einfach wieder in meine Mine! Nein! Ich muss zurück! Meine Pickaxe! Jenny stirbt und... Und ähm... Mein Hut! Wie geil ist das denn? Vielleicht hilfst du mir noch bei meinem Problemchen? Ja! Sobald ich hier... Kommst du zu mir, oder? Ich... Nee! Ich geh' zu meinem Rucksack! Ich werd' hier grade sowas von verfolgt! Oh ja, toll! Jetzt wird's auch noch dunkel! Ach, das auch noch! Deswegen bleib' ich clevererweise zuhause! Nummer zwei! Ich hör' dich! Ich glaub' ich hör' dich! Daneben! Geh' doch weg, du blödes Vieh! Das ist das Ätzende, ne? Immer diesen Rucksack holen! Ohhhh! Wie ich den... Ha! Fleck, ich hör' dich doch! Kann ich mehr... Fleck! Fleck! Da! Hinter dir! Pass auf! Ja, ich weiß! Ich hab' aber noch keine Waffe! Ich muss erst mal mein Zeug holen! Hol' dir deinen Rucksack! Treff' den doch nicht! Der hält ja ja nicht still! Jetzt kommt er! Ja, es... Es ist wie... Ich sag' ja mit den Feinden! Halten sie mal still! Au! Hör' auf! Oh Gott! Ich werd' hier grad' angekotzt! Boah! Das ist nicht schön her! Das ist nicht schön her! Das ist nicht schön her! Fleck, geh' nach Hause! Es ist zu... Es ist too late! I go to home! Ja, nee! Ist klar! Ach komm! Da will man nur was Neues passieren und schon liegt man den nächsten Eisen frei, ey! Das ist doch gut! Nee! Boah! Danke schon! Oh! Hier ist auch noch ein Rucksack, oder? Das ist Jennys! Glaublich! Ne Chili! Ja! Jenny hat ja ne Chili bei! Jenny hattest du ne Chili bei! Jenny hattest du ne Chili bei! Oh nee! Hör' auf mir an zu kotzen hier! Neulich in Seven Days To Die hattest du ne Chili bei! Waaah! Was ist denn schön! Oh Gott, oh Gott! Alcaramba! Glaub ich hab' alles verballert! Oh, Simpsons, ne? Alcaramba! Hier! Guck die eigentlich Simpsons! Irgendwann war das langweilig. Bisweilen mal, aber am liebsten muss ich zugeben, am liebsten gucke ich Itchy und Scratchy. Das kenne ich auch noch. Letztens habe ich irgendwas mit Timon und Pumbaa, weil ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das sind diese zwei homosexuellen Charaktere. Das sind die Freunde von Simba. Sag ich doch. Disney hat sowieso so eine Phobie. Die kreieren immer solche Charaktere. Da hat man dann immer die Vermutung, dass die eine homosexuelle Beziehung haben. Was hast du für eine kranke Fantasie? Nein. Das ist wirklich so. Timon und Pumbaa sind zwei davon. Kappa und Kappa sind zwei andere. Ich meine Walt Disney, also der Disney, der ist sowieso Kappa und Kappa. Ich glaube, also wenn du sagst, die sind schwul, dann glaube ich dir das sogar bei dem Typen. Also Kappa und Kappa, ich werde übrigens einen neuen Coffeeshop aufmachen und dann werde ich meine erste Kreation, werde ich Kappa und Kappa nennen. Ja. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich verlaufen. Cool, du hattest die Munition für die, äh, ja, ne? Jolle? Was? Was? Du hast Munition für die Siebener gehabt, ne? Ich habe Muni für die Siebener, ja. Gut. Ich habe neuner Munition, kriegst du gerade eben geerntet. Bei uns im Haus. Es gibt ja sowieso verkannte schwule Bärchen, der, äh, der Zeichen trägt. Aua. Au! Da ist ja, da ist ja eigentlich was. Leute, ich habe eine bitte. Ihr packt jetzt nichts in die beiden Kula unten und in den, äh, ins Kabinett rein. Wäre ich euch sehr dankbar. Ins Kabinett. Ich weiß gerade auch nicht, was ich so... I don't know. Ich habe hier noch ein bisschen Munition reingepackt. Also wir haben hier wieder ein bisschen... Was ist denn mit dem blöden Hut hier? Lalalala. Lalalala. Also sehr erfolgreich war ich ja nicht, muss ich sagen. Also ich schon. Hier dahin, wo ich am besten aufgehoben bin. In die Höhle. Sehr gut. Ich hätte hier noch Kinderblocks. Ja. Ach ja, Jolle. Willst du die mal rauswerfen? Ich schmeiß die zu Boden. Könnte ich die auch mal geben, die Sachen. Mhm. Ja, ich, ähm, muss sie erst mal umwandeln und dann haue ich sie in den Ofen. Da, Kinderblocks und Desertstone. Also das ist dann... Hab ich gerade auf dem Boden geschmissen. Okay. Gut. Ähm. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich noch irgendwas runtergeschmissen. Ah, das hast du jetzt aufgenommen. Okay. Ja, das habe ich jetzt... Nee, habe ich nicht. Du hast es... Nein, habe ich nicht. Doch, hast du? Ähm, ja, okay. Wie dem auch sei. Ähm, wir sind ein bisschen rumgelatscht, haben wieder Blödsinn gequatscht und wir müssen jetzt auch mal quasi schon wieder den Fond bewahren. Totally effective. Also so ein, zwei Minütchen hätten wir noch. Ah! Was ist jetzt? Da, Jenny hat den Bug benutzt. 221 Gläser sind hier in der Kiste. Was ist denn für ein Bug? Den Glas... ...Bug. Jenny? Ja. Jenny, wie geht's denn dir da unten? Hm, scheiße! Klingt nicht gut. Ich schmeiße hier mal noch ein paar Sachen rein, die wir bestimmt... Überall Eisen. Ich sehe nur noch Eisen. Ich glaube, wir sollten ihr mal helfen gehen. Ja, wir werden jetzt wie gesagt die Folge beenden müssen und dann schauen wir mal, was wir so machen können. Ihr helpt's ja unten. Ja, und wir müssen ja dann auch mal anfangen demnächst mit unserem Haus. Ja, da bin ich sowieso dafür, dass wir dieses komische Haus da mal... Also, wir haben genug Aura, aber das braucht halt so enorm lange, bis das mal hier schmilzt. Also... Ich glaube, wir haben unten noch eine Möglichkeit, an eine Ladung Eisen zu kommen. Wenn nicht, dann brauchen wir eben noch drei, vier Öfen. Hysterische Lache. Was ist denn das hier? Also, ich habe Jorle vorhin ein Stack und 28, glaube ich, gegeben und ich besitze jetzt schon mittlerweile wieder neun. What? Ach, da oben hat's ja. Wenigstens ist es... Also... Gut. Ja, auf jeden Fall, wir beenden jetzt die Folge und, ähm... Ja, wir... Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch ein wenig Liebe da lasst, ne? Wie gesagt. Und, äh, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Seven Ways 2 3 hier mit dieser Chaos-Truppe. Tschüss. Bis dann. wir sind... Und, äh, wir sind... Und, äh,